Wir sollten die Migration kontrollieren, weil der Brexit, also nicht der Referendum, sondern der Situation geschüttet wird, leider auf der Televisionsjängel in der Kalle gesehen und hat Menassen via Grenzen. Auch das war ein Fehler, weil die Migrationskrise überhaupt wahrscheinlich der größte politische Fehler in dieser Legislaturperiode war. 2015 hat die Verdehlung von Flüchtlingen versucht, Flüchtlinge auf Länder zu verdienen, die aus den verschiedensten Gründen, dass sie sich nicht wollten. Die Diskussion über Solidarität, die heute gefeiert wird, als ein Falschabbruch von Europa, ein Europa verletzt muss. Wer spricht von drastischen Strophen, wie der Minister gestern gemacht hat, von zwangsweise Solidarität, wie der Minister gestern gemacht hat. Denen Sie doch nicht um Frieden an der Europäische Union, ein verdieftes Streit an einer Union, die wir müssen gucken, dass wir sie retten an einer neuen Zeit, weil wir sie brauchen als Lützeburg, um nicht zu probieren, um nicht zu probieren, um nicht zu probieren. Das ist doch nicht richtig, die Gesundheit für Drastischen Strophen. Ich habe schon gesagt, dass... Nehmen Sie doch nicht mehr, da können Sie doch nicht so weitergehen. Wann ist gelieft? Wann ist gelieft? Wann ist gelieft? Was geht doch nicht da so? Wir sind doch nicht hier bei den Fake News. Herr Minister, wann das Wort Weltwärts zu präzisieren? Ich habe schon das Wort von Heil Lieschen erzählt. Das Europäische Gericht hat gesagt, dass alle Länder in Europa sich mussten und gleiche Verdehlung halten, so wie die Europäische Union am September 2015 aufgestimmt hat. Ich habe nicht gesagt, dass das drastische Strophe vom Gericht fixiert hat. Das habe ich auch gesagt, aber das stimmt doch. Aber das ändert überhaupt nicht unter Analyse, dass es ein politischer Fehler auf der WC geht. Es hat keinen Sinn, dass das Gericht nur technisch feststellt, dass die Decision korrekt geholfen hat. Das ändert aber nicht unter politischer Analyse, dass es ein riesig Fehler wäre an Europa, um zu versuchen, die Grenzen für Jüdinnen abzumachen, ohne irgendeine Kontrolle, den Dublin-Tritt-Eausser-Kraft zu setzen, zu gucken, dass man eine riesig unkontrollierte Migration hat, und dann leider das noch will, die aufzuzwingen, die überhaupt nicht mit der deutschen Linde gekauft wären. Es waren politische Fehler. Und die hat an dieser Regierung eine komplett falsche Europapolitik. Selbstverständlich. Stell dich für, tun wir nicht. Ja. Da wären hunderttausende, hunderttausende Kanar, Agaza oder in anderen Gebieten von Palästina, ohne Schäuble, ohne Neust. Die Leute leben da davon. Das ist die jenige Ressource, die sie tun. Man will da davor, das kann nur ein Problem. Und da hast du nicht, dass das von den Ägypten, von den Schweden, als die Konferenz organisiert, für die Unwahr ermöglichen zu gehen, nachdem, dass die Amerikaner 300 Millionen gestach haben. Herr Karteiser, das wird doch Diplomaten sein. Ja. Ich kann mir da nicht vorstellen, dass das nochmal der Duh-Mentalität Eistland am Eistland vertründen wird. Herr Präsident, Herr Präsident, ich will uns persönlich Beleidigungen ignorieren. Aber wie können Sie das dann nicht mehr sagen? Weil ich habe gerade gesagt, wir brauchen zwei Flüchtlingsorganisationen. Wir brauchen ein Flüchtlingshilfswerk von der UNO, der UNHCR. Und mein Argument ist, dass ein geht durch. Also selbstverständlich gehen die sich in Palästinensisch kann nach Umschäulen kümmern, an dem alles, was er aufgezählt hat. Wir brauchen nicht x Institutionen, wie man ein Problem auf dieser Welt ist schlimm genug, als umzugehen.